Ich habe die einführenden Bemerkungen gemacht und Ihnen gesagt, dass ich beginne, indem ich fünf Unterscheidungen, die in der Philosophie recht wichtig sind, behandle und anschließend übergehe zur Behandlung von Subdisziplinen oder Teilgebieten der theoretischen Philosophie. Ich habe mich zunächst mit dem Begriff der theoretischen Philosophie auseinandergesetzt, in Abgrenzung zur praktischen Philosophie. Es geht also um Erkenntnisaspekte des Lebens, wenn man so will, im Vergleich zu den Handlungsaspekten. Ich hatte mich dann über den Unterschied von normativ und deskriptiv ausgelassen, dass das eine Unterscheidung ist, die Behauptungen charakterisieren kann und insbesondere relevant ist, wenn es um die Begründung von Behauptungen geht, die eben für deskriptive und normative Behauptungen unterschiedlich ausfallen. Ich habe mich dann geäußert zum Verhältnis von systematischer Philosophie und Philosophie-Geschichte und gesagt, dass Sie eigentlich beides brauchen, studieren Sie also anständig, Sie kriegen auch Veranstaltungen dazu. Dann hatte ich den Unterschied diskutiert von analytischer und kontinentaler Philosophie. Analytische Philosophie ist eine Richtung, die im letzten Jahrhundert groß und breit geworden ist und eigentlich dominant in der Weltphilosophie, also der westlich orientierten Weltphilosophie, natürlich in der asiatischen Philosophie, chinesischen Philosophie oder im Buddhismus oder sowas ist und die kontinentale Philosophie mit etwas anderen Themenstellungen und anderen Kernautoren. Sind in der Zwischenzeit noch Fragen aufgetreten zu diesen Dingen, die ich beim letzten Mal erzählt habe? Ich wage nicht zu sagen, das scheint nicht der Fall zu sein, sondern stelle nur fest, es werden keine Fragen konstatiert, sodass ich jetzt zum nächsten Thema übergehen kann. Ich glaube, ich mache hier auch noch zu, das wird sonst ein bisschen, sonst wirkt die Philosophie so fahl. So, also das Thema jetzt ist die letzte Unterscheidung, die ich hier betrachte in diesem einführenden Teil. Das ist der Unterschied von Philosophie und Einzelwissenschaften oder genauer gesagt auch das Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften. Nun, dieses Verhältnis ist spannungsreich, weil die Philosophie in vielen Fällen anscheinend in einem Konkurrenzverhältnis zu Einzelwissenschaften steht, weil sie bisweilen nämlich den gleichen Gegenstand hat wie die Einzelwissenschaften. Das ist sozusagen nicht die volle Story, aber das ist zunächst mal ein Ansatzpunkt. Die Einzelwissenschaften sind ja auch relativ alt, also zu Platons Aristoteles Zeiten gab es natürlich eine vollentwickelte Mathematik und Astronomie, die sich wirklich von der Philosophie bereits unterschieden und Aristoteles hat ja große Bemühungen drauf gelegt, auch systematisch diese verschiedenen Gebiete voneinander abzugrenzen. Aristoteles wird öfters noch im Laufe dieser Vorlesung vorkommen und ich möchte Ihnen jetzt einfach zunächst dieses Spannungsverhältnis, wo es denn Einzelwissenschaften gibt, die in Konkurrenz stehen zur Philosophie darlegen. Zum Beispiel, wenn Sie anschauen, die Sprachphilosophie versus die Sprachwissenschaften, also die Linguistik, die haben natürlich das gleiche Thema, das gleiche Thema Sprache und man fragt sich dann ja, was machen denn die einen und was machen denn die anderen? Also diese Wissenschaften sind ja wohl das Seriöse hier und was macht denn eigentlich die Sprachphilosophie, was bleibt denn da übrig? Ich habe einmal erlebt, wie ein Vortrag gehalten wurde von Noam Chomsky, der berühmteste Sprachwissenschaftler des 20. Jahrhunderts wohl und der bezog sich dann auf William Quine, das ist ein Philosoph, analytischer Richtung, der sich ebenfalls sehr stark mit Sprache beschäftigt und Chomsky haute dann also kräftig ein auf Quine, weil Quine sagte, ja hier würde doch ein empirischer Sprachwissenschaftler das und das machen und dann sagte Chomsky, ich bin empirischer Sprachwissenschaftler, ich mache aber das nicht. Also da gibt es dann durchaus eine Spannung und die Frage ist, wie diese Spannung ausgetragen wird. Das ist nur ein Thema, Sprache. Dann das Thema Natur ebenfalls, es gibt eine Naturphilosophie, da wird auch ein Kapitel hier in dieser Vorlesung sein und es gibt natürlich die Naturwissenschaften, beide beschäftigen sich in irgendeiner Weise mit Natur. Die Frage ist, wie geht das? Wie kriegen die beide irgendwelches Fleisch von dem Knochen runter? Dann die Philosophie des Geistes, auch die wird uns hier beschäftigen, die steht in irgendeinem spannungsreichen Verhältnis zu dem, was heute Kognitionswissenschaften heißt, was früher dann nur Psychologie genannt wurde. Die Kognitionswissenschaften, das ist eigentlich so ein multi-, interdisziplinäres Unternehmen, Cognitive Science, das seit einigen Jahrzehnten blüht, wo sehr verschiedene Disziplinen mitspielen, unter anderem auch Philosophen, aber eben auch Sprachwissenschaftler, Psychologen und die unterschiedlichsten Gebiete. Dort geht es um irgend so etwas wie Geist oder Erkenntnisvermögen und die Frage ist, was holt sich da die Philosophie jenseits oder mit oder wie mit den Kognitionswissenschaften. Dann die Politikwissenschaft beispielsweise mit dem Thema Politik. Es gibt aber auch eine politische Philosophie zum Beispiel und hier ist etwas, was in Ihren Folien noch nicht drinsteht, eine umwerfende Innovation, die ich heute Vormittag noch eingefügt habe. Wenn Sie vergleichen, die Kunstwissenschaft etwa und die Philosophie der Kunst, dann haben die natürlich beide in irgendeiner Weise Kunst zum Thema und die Frage ist, was holt sich da die Philosophie, wo es doch schon die Kunstwissenschaft gibt. Oder, und darauf werde ich heute noch zu sprechen kommen, auf die Logik. Die Logik ist sowohl ein Teil der Mathematik und ein Teil der Philosophie. Und man fragt sich jetzt, wenn die Mathematiker das schon machen, was haben denn dann die Philosophen noch dazu zu sagen? Das ist auch die dominante Meinung bei den Mathematikern. Die finden das einen Witz, dass die Philosophen da auch noch irgendwas da meinen, sagen zu müssen und finden das also, kann man vergessen. Also, wir werden sehen, wie wir uns dazu verhalten können, gegebenenfalls. Also hier gibt es einfach Spannungen. Die Philosophie zeichnet sich eben dadurch aus, dass es eigentlich kein oder fast keinen genuinen philosophischen Gegenstandsbereich gibt. Sondern die Philosophen quasseln überall mit. Und die Frage ist, wie sich das dann verhält zu dem, was die ernsthaften Leute, also die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, zu so einem Thema dann zu sagen haben. Wollen wir denen dann auch noch zuhören? Entsprechend ist ja auch das Image der Philosophie, ich hoffe, Sie sehen sich darüber im Klaren, durchaus nicht das Positivste. Das liegt eben daran, dass man nicht so recht weiß, was die machen. Dann manchmal reden sie so komisch, man versteht kein Wort. Und dann denken wir, naja, was machen wir denn mit denen? Müssen wir die auch noch mitschleppen? Naja gut, an den Universitäten. So, ich versuche, ich arbeite daran, dass das vielleicht ein bisschen besser wird im Image. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie sollen wir uns denn das Verhältnis von Einzelwissenschaften zu Philosophie denken? Und da gebe ich Ihnen jetzt mehrere Möglichkeiten. Es ist natürlich wieder sehr kontrovers, wie das aussieht, das ist völlig klar. Es gibt mehrere Möglichkeiten dieses Verhältnisses und ich gebe Ihnen jetzt einige dieser Möglichkeiten an. Die schließen sich zum Teil nicht aus, zum Teil schließen sich aus, zum Teil aber nicht. Man kann also mehrere gleichzeitig favorisieren und die Liste ist nicht abschließend, sondern ich nenne Ihnen einfach, glaube ich, acht oder wie viele es sind Möglichkeiten. So, beginnen wir mit etwas, was im 20. Jahrhundert beispielsweise, jedenfalls eine gewisse Zeit relativ geschätzt wurde, aber auch in früheren Zeiten, dass nämlich, man sagt, die Einzelwissenschaften seien empirisch, also die Mathematik natürlich nicht, aber die Einzelwissenschaften, so die normalen Sozialwissenschaften, Geistwissenschaften und die Philosophie seien nicht empirisch. Empirisch heißt, dass letzten Endes in irgendeiner Weise Erfahrungen, also Sinneserfahrungen eine Rolle spielen. Man kann sagen, in einem sehr weiten Sinn sind die Geisteswissenschaften dann auch empirisch, weil sie immerhin diese Texte vor sich haben und lesen müssen und verstehen müssen. Das sind auch gewisserweise empirische Daten, kann man auch darüber streiten, kann man auch sein lassen. Also die Philosophie jedenfalls wäre nicht empirisch und unabhängig damit von den Einzelwissenschaften, weil die Einzelwissenschaften empirisch sind. Wenn das funktioniert, kann man sagen, ja, dann leben die so munter neben sich her, haben keine Berührungspunkte. Die Frage ist natürlich, ob die Philosophie zeigen kann, dass es nicht empirische Aspekte gibt, wenn sie irgendein Thema vornehmen, sodass es wirklich ein bisschen Fleisch hat, dass die Philosophie dann spezifisch abnagt und worum sich die Wissenschaften nicht kümmern. Das sind natürlich dann die Aufgaben, das könnte schwierig sein. Also, die zweite Möglichkeit, das ist heute vor allen Dingen im angelsächsischen Bereich, glaube ich, eine Position, die viele Leute sehr positiv gegenüberstehen, nämlich, dass Philosophie und Einzelwissenschaften ein Kontinuum bilden. Dass es da eigentlich gar keinen fundamentalen Unterschied gibt, sondern dass die Philosophie sich eben da um die allgemeinsten Fragen kümmert und vielfach geschieht, dass auf der Basis des sogenannten Naturalismus, das ist ein Wort, das auch in verschiedenen Bedeutungen verwendet wird, dass man hier mal sagen kann, es gibt nichts Übernatürliches, sodass alle Gegenstände, die es überhaupt gibt, sozusagen uns auf natürliche Weise zugänglich sind. Es gibt also nicht irgendwelche Geister oder irgendwas so komisches oder Ideen, die da irgendwie ganz anders sind, sondern die Basis ist hier für so eine Überzeugung der Naturalismus und oft ist dabei in der Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts der Darwinismus der Hintergrund, also die Evolutionstheorie. Und die Evolutionstheorie sagt ja, wir Menschen sind ebenso ein Produkt der Evolution wie alle anderen Tiere und da ist einfach ein bisschen was ist anders, was da halt in den letzten sieben Millionen Jahren sich rausgebildet hat, aber sozusagen es gibt keinen prinzipiellen Schnitt zwischen den anderen Lebewesen und uns und entsprechend sind wir ein Produkt eines natürlichen Prozesses und entsprechend sollten auch alle Eigenschaften, die wir haben und Fähigkeiten inklusive der Natur, der Kultur im Prinzip mit diesen selben Methoden untersuchbar sein, mit naturwissenschaftlichen Methoden, weil eben unsere Kulturfähigkeit selber das Produkt eines Naturprozesses ist. Also wenn Sie den Menschen da sozusagen einrücken, wie das dann so schön heißt im Deutschen, in diese große Story der Entwicklung des Lebens auf dieser Erde, dann sind wir einfach ein Teil davon und entsprechend sollten alle diese Teile des Lebens, alle diese Manifestationen des Lebens mit den gleichen letzten Endes naturwissenschaftlichen Mitteln untersuchbar sein. Und dann bekommt es so ein Kontinuum von zwischen den Einzelwissenschaften und der Philosophie, das ist eine Möglichkeit, die Philosophie zu situieren. Das trifft auch für manche Fächer eigentlich sehr gut zu, da werde ich ja noch später darauf zu sprechen kommen, also wenn Sie die Philosophie der Physik zum Beispiel anschauen, es gibt also eine Physik und es gibt eine Philosophie der Physik und da gibt es Bereiche der Physik, die übergehen, nämlich bei den Grundlagenfragen, die wirklich übergehen in die Philosophie der Physik und Teile, die dann der Philosophie der Physik zugerechnet werden, könnte man genauso gut der Physik zurechnen. Da gibt es einfach so einen Übergang. In diesem Fall ist es vielleicht naheliegender als in der Philosophie insgesamt. Auch in der Philosophie der Biologie ist es beispielsweise so, dass man wirklich sagen kann, das ist ein Kontinuum zwischen der entsprechenden Einzelwissenschaften und der Philosophie. So, die dritte Möglichkeit ist die, dass die, also wie gesagt, die schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern sie heben verschiedene mögliche Aspekte hervor. Die Philosophie wird von den Einzelwissenschaften bezüglich Problemstellungen und intellektuellen Standards inspiriert. Also die Philosophie ist nicht sozusagen ein völlig frei, unabhängig von den Einzelwissenschaften existierendes Unternehmen, sondern sie nimmt zum Teil die Problemstellungen und zum Teil die Standards, intellektuelle Standards von den Einzelwissenschaften. Und da gebe ich Ihnen ein paar historische Beispiele. Also über Platons Akademie soll der Spruch gestanden sein, niemand ohne Geometriekenntnisse komme herein. Weil in der platonischen Philosophie es einfach eine Basisüberzeugung ist, dass die Mathematik extrem wichtig ist für die Philosophie, eine Inspirationsquelle, eine Gabe von Problemen, die man verstehen muss. Also wenn man Erkenntnis verstehen will, muss man mathematische Erkenntnis verstehen. Und dazu muss man verstehen, wie mathematische Erkenntnis eigentlich erzeugt wird. Und deswegen bei Platon also, man muss einfach, und Mathematik war damals bei den Griechen vor allem in Geometrie, aus historischen Gründen, die an neueren Teilgebieten oder anderen Teilgebieten der Mathematik spielten dort keine Rolle. Und für Platon war das einfach klar, man muss einfach Mathematik verstehen, wenn man anständig Philosophie machen will. Sowas ähnliches finden Sie auch immer wieder, dass die Mathematik eine Inspirationsquelle unterschiedlicher Natur ist zwar für die Philosophie. So zum Beispiel bei Spinoza dann, der eine Ethik versucht hat zu formulieren, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Das braucht man nicht zu übersetzen, jeder, der Italienisch kann, sieht das sofort. Das ist die Vorstellung, weil die Mathematik eben eine so unglaublich zuverlässige, sichere, sicherheitsverheißende Disziplin ist, dass man gesagt hat, wir Philosophen wollen auch so sicher werden und wirklich so zuverlässig Erkenntnisse erzeugen und das hat immer wieder an verschiedenen Zeiten die Philosophie beeinflusst. Was ähnlich sehen Sie dann im logischen Positivismus, eine Richtung der Philosophie im 20. Jahrhundert, die also sozusagen explizit sich auf die Fahnen auch schreibt, sie wollen was mit Logik zu tun haben und auch der Gedanke einer wissenschaftlichen Philosophie, wo mit wissenschaftlich gemeint ist, sozusagen von der Dignität, der Zuverlässigkeit der Einzelwissenschaften ist eine Bewegung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wo es heute, wenn Sie in Wien schauen, zum Beispiel in dem Institut, dann pflegen die die wissenschaftliche Philosophie. Und das bedeutet natürlich, dass sie sich irgendwie von den Wissenschaften inspirieren lassen. So, dann gibt es eine ganz andere Weise, die heute vielleicht nicht mehr so verbreitet ist, dass die Philosophie in einem dienenden Verhältnis zu bestimmten Einzelwissenschaften steht. Sie kennen das vielleicht aus dem Mittelalter, dass die Philosophie gesehen wurde als die Anzilla oder Sie sagen vielleicht Ankilla Theologie, als die Markt der Theologie, also als eine Hilfswissenschaft. So wie Sie in den historischen Wissenschaften Hilfswissenschaften haben, die Numismatik und die Quellenkunde und was es da so alles gibt, so kann man sagen, also wir sind hier irgendeine gute Wissenschaft und jetzt brauchen wir da diese Hilfswissenschaft, die muss uns irgendwelche Drecksarbeit sozusagen machen und zuarbeiten, das ist die Philosophie. Das ist heute nicht mehr so, das setzt nämlich immer voraus, dass man die Philosophie hinreichend ernst nimmt, dass sie wirklich was abliefern kann. Und es gibt natürlich wenig Wissenschaften, die das wirklich meinen, also allenfalls so wie wir es haben in verschiedenen Studiengängen, dass man eine Vorlesung hat in Wissenschaftstheorie. Also ich habe schon in vielen Fächern sowas gemacht, also für Chemiker oder für Biologen oder für Soziologen oder für Psychologen. Die haben dann im ersten Semester oder im dritten Semester gibt es dann so eine einfügende Wissenschaftstheorie. Die muss man dann pflichtmäßig machen und ist man froh, wenn es vorbei ist und hoffentlich hat es nicht wehgetan. Also das ist, insofern gibt es diese Situation auch heute, wenn man sagt, ja in Sozialwissenschaften, da wird dann ab und zu so wissenschaftstheoretisch geredet und das sollen die Studierenden auch können, dass sie mitreden können und dann macht man das halt. Also wie ernst es genommen wird, ist dann eine andere Frage. So, dann gibt es natürlich auch die andere Situation, die ist auch nicht mehr so fürchterlich verbreitet, dass die Philosophie die Königin der Wissenschaften ist, allen übergeordnet. Also ganz oben und dann kommt mal lange nichts und dann kommen irgendwann diese schmuddeligen Einzelwissenschaften und die Philosophen sind natürlich dann die ganz Großen und das kann man dann natürlich noch historisch unterlegen, dass die Philosophie ja die Mutter aller Wissenschaften ist. Das ist jetzt nicht, wie das Wort Mutter durch die nahöstlichen Traditionen ja eine neue Bedeutung bekommen hat, die Mutter aller Kriege und so weiter, sondern hier die Mutter in dem wirklich Sinn, dass aus ihr die anderen Wissenschaften hervorgegangen sind und das stimmt historisch weitgehend. Wie weitgehend, weiß ich auch nicht genau, aber so manchmal stimmt es jedenfalls ziemlich gut, dass Dinge, die erst in der Philosophie behandelt wurden, sich dann verselbstständigt haben und dann Teile wurden, da Wissenschaftsteile wurden. Also wenn Sie die Pädagogik beispielsweise anschauen, dann ist das etwas, was sich von der Philosophie abgespalten hat. Man kann auch sagen, die Logik wäre so ein Fall, dass die mathematische Logik aus der Philosophie sich dann abgespaltet hat in eine eigene Disziplin. So, es gibt aber noch mehr im Angebot. Zum Beispiel jetzt ein interessantes Verhältnis, dass die Philosophie unbefragte oder vielleicht sogar befragte inhaltliche und methodische Voraussetzungen der Einzelwissenschaften untersucht. Also wir haben ja die Einzelwissenschaften und man kann ja auch über die nachdenken und sich fragt, machen die eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, die sie selber gar nicht mehr diskutieren, sondern für selbstverständlich nehmen und die Philosophie könnte dann kritisch nachdenken über die Einzelwissenschaften. Und um Ihnen das plausibel zu machen, in den Naturwissenschaften der Neuzeit, also seit dem 17. Jahrhundert, spielt der Gebrief des Naturgesetzes eine große Rolle, zumindest in der Rhetorik. Also wenn Sie in der Natur, wenn Sie irgendeinen Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerin fragen, was waren das letzte Naturgesetz, das du rausgefunden hast, dann werden sie Kopfschütteln äußern. Aber in der Rhetorik spielen jedenfalls Naturgesetze eine ganz große Rolle, dass die Naturwissenschaften eben die Naturgesetze untersuchen und die sind ehren und ewig und so weiter. Also, und man kann sich natürlich jetzt fragen, ja wie ist denn das? Also das wird von den Naturwissenschaften einfach sozusagen hingenommen und man kann sich jetzt von der Philosophie her fragen, wie ist denn das, was für eine Rolle spielen eigentlich Naturgesetze. Man kann sich auch historisch zum Beispiel erkundigen. Der Begriff des Naturgesetzes in der Weise, wie er in Naturwissenschaften verwendet wird, ist relativ jung, ist im 17. Jahrhundert mit mehr oder weniger einem Schlag über René Descartes aufgebracht und hat sich dann mehr oder weniger rasend verbreitet. Interessanterweise hat der Begriff des Naturgesetzes einen massiv theologischen Ursprung. Die Naturgesetze, das sind die Gesetze, die Gott, also der christliche Gott, der alles kann, der hat sich also der Natur diese Gesetze auferlegt, so wie wir Menschen in unseren menschlichen Gesellschaften menschliche Gesetze auferlegen. Das ganze 17. Jahrhundert war der Begriff des Naturgesetzes überhaupt nicht ablösbar von der Theologie, überhaupt nicht. Sondern es war ein fundamental theologischer Begriff, der für die Naturwissenschaften erfunden worden ist. Also, wenn man sowas weiß, dann kann man sich natürlich sagen, Moment einmal, da können wir aber nochmal mehr drüber nachdenken. Was passiert hier eigentlich, wenn die Naturwissenschaften heute, ohne irgend von so etwas Kenntnis zu nehmen, Kenntnis zu haben, einfach sagen, es gibt Naturgesetze und wir untersuchen die. Wir sind die und die Natur funktioniert nach Naturgesetzen. Punkt. Ja, und da kann man ja fragen, stimmt das eigentlich oder was ist hier eigentlich los? Also, das wäre so eine Frage, dass man sagt, die Philosophie untersucht in diesem Fall, eine inhaltliche Voraussetzung, die die Naturwissenschaften machen, nämlich die Voraussetzung, es gibt Naturgesetze und die sind der eigentliche Gegenstand mit bestimmten Variationen, der eigentliche Gegenstand der Naturwissenschaften. Die wollen die rausfinden. Da kann man sich ja fragen, interessant, aber was ist das eigentlich? So, dann kann man anders, da schaut man sozusagen nach den Voraussetzungen der Wissenschaften, man kann es aber auch sozusagen das andere Ende, metaphorisch gesprochen, der Einzelwissenschaften zum Thema machen, indem man die Konsequenzen der Einzelwissenschaften anschaut, und zwar diejenigen, die diese Einzelwissenschaften nicht mehr thematisieren. Und auch dafür werde ich später ein ausführliches Beispiel bringen. Die moderne Naturphilosophie, die sagt, wir versuchen, aus den modernen Naturwissenschaften eine Ontologie abzuleiten, das heißt im Wesentlichen, wie sieht der Kosmos aus, wenn ich die modernen Naturwissenschaften zur Grundlage nehme. Also ein großes, abgerundetes, hoffentlich auch, Bild aus den einzelnen Wissenschaften, welche Ontologie, also welche Struktur der Welt, der Dinge, was auch immer Prozesse, wird nahegelegt oder behauptet durch die modernen Naturwissenschaften. Das ist so eine Art dann Syntheseleistung, die die Naturwissenschaften selber nicht mehr erbringen, aber die man natürlich versuchen kann, sich rauszuholen, indem man dann anschaut, wie ist denn das mit Geologie und Kosmologie und Physik und Biologie, was wir da so alles haben, was sich daraus für ein Gesamtbild der Welt ergibt. So, und schließlich eine letzte Möglichkeit. Die Philosophie untersucht das, also nicht, wie gesagt, es gibt noch mehrere, ich habe hier nur einige genannt, die Philosophie untersucht das Verhältnis verschiedener Einzelwissenschaften zueinander. So gibt es zum Beispiel seit mehreren Jahrhunderten, also zwei Jahrhunderten sowas, eine Frage der Reduktion der Biologie auf die Physik. Ob die Biologie eigentlich nur eine Physik ist, einer besonderen Klasse von besonders komplexen Materiedingen, also eben Organismen. Also ist da ein fundamentaler Unterschied oder ist die Biologie eine im Grundsätzlichen irgendwie andere Wissenschaft, die unter gar keinen Umständen nur auf die Physik zurückgeführt werden kann? Also das ist eine Frage, die die Wissenschaftler auch schon im 19. Jahrhundert massiv beschäftigt hat. Bis 1828 oder so was war es oder 26 war die Meinung, die dominante Meinung in der neuzeitlichen Naturwissenschaft, dass die Materie, die organische Materie etwas grundsätzlich anderes ist als die anorganische Materie. Es wurde dann durch Wöhler der Harnstoff, also eine organische Substanz, im Wesentlichen aus anorganischen Substanzen synthetisiert und das brach, dann brach diese fundamentale Trennung von Materiesorten zusammen. Und dann war natürlich die Frage, was ist jetzt der Unterschied eigentlich von Organismen, Toten oder Lebendigen, zu dem, was die Physik untersucht und eben, wenn man das dann zuspitzt, die Frage ist letzten Endes, geht nicht die Biologie eigentlich in Physik auf? Das ist jetzt ein altehrwürdiges Problem, das nach wie vor auch diskutiert wird. Ich nenne Ihnen ein ganz neues Problem, das erst ungefähr seit zehn Jahren in der Welt ist. Auch dieser Satz ist jetzt nicht auf den Folien. Sie sehen also, ich bin immer dran, die Vorlesung zu verbessern. Und das ist das Verhältnis von Ökonomik und Neurowissenschaften in einer Disziplin, die Neuroökonomik heißt. Das ist eine ganz neue Disziplin, gibt es ungefähr seit zehn Jahren jetzt, in der man versucht, von den Neurowissenschaften her, das Verhalten, das die Ökonomen ökonomisches Verhalten nennen, also wo typischerweise die Wahl ist zwischen irgendwelchen Gütern, wo man versucht, von den Neurowissenschaften her, dieses ökonomische Verhalten zu verstehen. Und das ist eine sehr spannungsreiche Geschichte, weil diese Neuroökonomik von den sogenannten Mainstream-Ökonomen, also den klassischen Ökonomen, wie sie in der Tradition stehen, die jetzt so seit 50, 60, 70 Jahren existiert, weil diese Neuroökonom vielfach abgelehnt werden von den klassischen Ökonomen, weil die klassischen Ökonomen sagen, was ihr da macht, ist einfach für die Ökonomik uninteressant. Das ist irrelevant. Und die Neuroökonomen zum Teil den Anspruch haben, die klassische Ökonomik auch kritisieren zu können, ein Potenzial zu haben, weil sie sagen, wir schauen woanders hin, ihr schaut nicht ins Hirn, wir schauen ins Hirn und wir kriegen Einsichten, die ihr gar nicht haben könnt und nehmt die gefälligst zur Kenntnis. Und das ist eine wirklich aktuelle, spannungsreiche Geschichte, absolut brandaktuell. Die wenigsten Leute wissen überhaupt, dass es eine Neuroökonomik gibt. Wer von Ihnen kannte die Neuroökonomik vor fünf Minuten? Sie, studieren Sie Ökonomie? Teilweise. Gut, also. Daran erfährt man, es gibt auf der ganzen Welt so ein Dutzend Zentren, sie sind alle an Top-Universitäten, an Top-Departments, also da ist was los, da sind hervorragende Leute und das ist ein Streit, den es innerhalb dieser Disziplinen gibt und auch dort kann die Philosophie möglicherweise das thematisieren. So, das sind die Möglichkeiten, wie gesagt, nicht die Möglichkeiten, das sind einige Möglichkeiten für dieses Verhältnis. Es gibt wieder die wichtige Bemerkung, dass das Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften erstens historisch extrem variabel ist. Das nimmt also in verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Formen an, eben, wenn Sie schauen, das christlich geprägte Mittelalter, Philosophie als Amzilla, Theologie, die dann so ein bisschen Sprachphilosophie gemacht haben, weil man die gebraucht hat, für theologische Untersuchungen und es ist natürlich alles wieder extrem kontrovers. Es ist also wieder so, dass natürlich Sie keine, nirgends eine Einheitlichkeit haben hinsichtlich der Meinungen, die Philosophen oder sonst jemand von diesem Verhältnis hat, sondern es gibt einfach eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Man kann jetzt noch die Frage stellen, ja, ist denn die Philosophie nicht selber, ist die auch eine Wissenschaft oder ist sie keine Wissenschaft und darüber kann man stundenlang ergebnisoffen diskutieren und wahrscheinlich auch ergebnislos. Es gibt sozusagen eine relativ einfache Antwort, die mal auf Anhieb genügt. Sie ist nicht eine Wissenschaft im Sinne einer Einzelwissenschaft, die einen einigermaßen klaren Gegenstandsbereich hat. Die Einzelwissenschaften haben alle einen einigermaßen klaren Gegenstandsbereich. Ich sage mit Absicht einigermaßen, wenn Sie fragen, was hat die Psychologie für einen Gegenstandsbereich, ist die Antwort die Seele. Es heißt doch Psychologie eine Antwort, die nicht mehr ganz up-to-date ist. Oder wenn Sie fragen, was hat die Theologie für einen Gegenstand, dann ist die Antwort der liebe Gott oder noch neutraler Gott, ist nicht die Antwort, die die Theologen heute, mit der Sie also durch ein theologisches Staatsexamen durchkommen. Also, aber irgendwie, man merkt es schon, wenn dann irgendwann was theologisch wird oder psychologisch, was immer die dann auch, aber in der Philosophie ist einfach so, die Philosophen können einfach praktisch über alles reden und eventuell philosophisch reden. Es gibt einfach keinen klaren Gegenstandsbereich. Insofern ist sie unterschieden. Unterschieden von den Einzelwissenschaften, wenn Sie sich vorstellen, also Philosophen reden auch über Fußball beispielsweise. Es gibt ein Sammelband Soccer and Philosophy. Es gibt einen deutschen Band Philosophie des Fußballs. Man kann als Philosoph über Fußball reden. In dem Soccer and Philosophy sind 30 Aufsätze drin, verschiedener Qualität, über verschiedene Aspekte, wo man irgendwas für den Fußballspielen, dem Fußballspiel etwas Philosophisches abgewinnen kann. Ja, das war bisher, es gibt eine Sportwissenschaft, also sozialwissenschaftliche Sportwissenschaft, das sind vor allen Dingen Soziologen. Es gibt auch eine quantitative Fußballforschung. Da sind vor allen Dingen dann Statistiker und Computerleute, damit man nämlich Spiele wirklich aufnehmen kann, automatisieren kann, die Ballberührung von Leuten und so weiter. Und da kommen die Philosophen auch noch dazu. Also, Sie können sich kaum irgendwas vorstellen, wo nicht Philosophen auch möglicherweise was dazu sagen und möglicherweise sogar was dazu zu sagen haben. Gut. Also, in dem Sinne ist sie eben keine Einzelwissenschaft, aber sie ist natürlich eine Wissenschaft im Sinne einer systematischen, disziplinierten, auf Argumenten basierenden Auseinandersetzung. Das wäre jedenfalls das Ziel. Und wenn Sie jedenfalls die antiken Autoren anschauen, dann ist das Ziel dort ja auch erreicht, wenn Sie platonische Dialoge lesen oder aristotelische Traktate oder auch diese Fragmente der frühgriechischen Philosophie. Das sind alles Leute, die sind unterwegs mit einer disziplinierten, auf Argumenten basierenden Auseinandersetzung. Und das ist was anderes als beispielsweise Meditation jetzt in dem Sinn, wie wir es aus den östlichen Traditionen kennen. Nicht-Meditation, so wie es bei Descartes ist, Meditationen über das und das, dann ist das eine Art der Nachdenklichkeit. Aber das, was in der Meditation passiert oder auch in der Mystik passiert, sind offensichtlich Dinge, die man nicht beschreiben kann, dass es um eine disziplinierte, auf Argumenten basierende Auseinandersetzung geht. Da geht es um was anderes. Was immer das auch ist, das ist einfach was anderes. Und da gibt es sozusagen einen Kontrast mit sowas wie Mystik oder Beten oder Meditation. Solche Dinge, die sind irgendwie anders als die große Gruppe auf der anderen Seite, wo die Wissenschaften und auch die Philosophie ist. Das heißt nicht, dass es da irgendwelche Brückchen ab und zu mal gibt, aber das kann man so grob jedenfalls doch voneinander unterscheiden. So, ja, das ist es zum Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften. Da lässt sich natürlich viel drüber sagen. Es gibt auch massenweise, wenn Sie Literatur suchen, Philosophie und Wissenschaft und wozu noch Philosophie in Hülle und Fülle. Ich wollte Sie nur in einem ersten Schritt eine kleine Orientierung darüber gehen, wie das aussehen könnte. Haben Sie da Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. So, dann gehen wir jetzt weiter. Ich hatte Ihnen ja angekündigt, es gibt erst diese Unterscheidungen, die habe ich jetzt also durchgearbeitet, diese fünf. Und jetzt kommen wir zu den Teilgebieten der theoretischen Philosophie. Und da sage ich Ihnen erst, welche Disziplinen oder Teilgebiete ich hier behandle. Das erste wird die Logik sein. Das wird allerdings sehr kurz sein. Es gibt eine eigene Logikvorlesung in der Philosophie typischerweise. Das ist auf der ganzen Welt eigentlich so. Die sind oft auch obligatorisch. Aus historischen Gründen ist sie hier in Hannover nicht obligatorisch. Die Logik ist so eine Disziplin. Dann die Metaphysik natürlich. Das Wort kennen Sie alle. Dann die Philosophie des Geistes. Und ich habe die ein bisschen eingerückt hier geschrieben, weil man sagen kann, die Philosophie des Geistes ist eigentlich in gewisser Weise ein Teilgebiet der Metaphysik. Eben eine spezielle Metaphysik. Also darüber werden wir reden. Dann die Naturphilosophie, die habe ich schon angedeutet. Dann natürlich die Erkenntnistheorie, wobei dieses natürlich zurückgenommen werden muss. Denn die Erkenntnistheorie als eine solche Disziplin gibt es auch erst seit dem 19. Jahrhundert. Ist nicht so, dass man seit der Antike in irgendeinem Sinn Erkenntnistheorie betrieben hat. Dann gibt es natürlich die Wissenschaftsphilosophie. Die habe ich hier auch wieder ein bisschen eingerückt, weil man in gewisser Weise sagen kann, die untersucht eben einen speziellen Teil der Erkenntnistheorie, nämlich die wissenschaftliche Erkenntnis. Da kann man auch wieder drüber streiten. Es gibt Leute, das sind zwei völlig heterogene Gebiete. Andere sagen, ja, das eine ist ein Unterfall, der andere. Also auch das ist kontrovers. Also die Einteilung, die ist auch nicht unkontrovers. Auch da können Sie drüber streiten, obwohl es also viele Aspekte gibt, wo Sie diese Einteilung finden. Also wie Zeitschriften organisiert sind, wie Lehrstühle organisiert wird und sonstige universitäre Stellen. Also das ist so eine ziemliche Standardsache. Aber wie gesagt, da kann man auch drüber streiten. Und im Übrigen gibt es noch weitere Teildisziplinen der theoretischen Philosophie, die jetzt nicht behandelt werden aus Zeitgründen. Zum Beispiel die Technikphilosophie gibt es beginnend im 19. Jahrhundert, aber dann im 20. Jahrhundert aufblühend. Die Sprachphilosophie, etwas, was sich im 18. Jahrhundert als eigene Philosophische, nicht wirklich als eigene Philosophische, ja doch, also das ist dann mit der Sprachwissenschaft Interaktion. Dann die philosophische Anthropologie. Es gibt verschiedene Formen der Anthropologie. Es gibt zunächst mal die biologische Anthropologie, wo Sie also nach der biologischen Natur des Menschen fragen, aber eben auch eine philosophische Anthropologie, wonach Sie dann immer auch fragen als Philosoph. Dann gibt es die Ästhetik. In dem Verständnis, wie wir es heute haben, das ist die Lehre vom Schönen. Was ist denn eigentlich das Schöne? Es gibt eine Geschichtsphilosophie, wo Sie danach fragen, irgendwas fragen nach dem Geschichtsverlauf oder auch nach den Methoden der Geschichtswissenschaften. Das dürfen die Geschichtsphilosophie dürfen Sie nicht verwechseln mit Philosophie Geschichte. Philosophie Geschichte, das ist der Prozess des Ablaufens, was in der Philosophie in der Vergangenheit war, während Geschichtsphilosophie die philosophische Frage nach Geschichte ist. Das ist natürlich was anderes. Auch die hat eine dramatische Wendungen genommen. Die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts ist heute praktisch tot. Gibt es nicht mehr, es gibt nur noch andere Varianten. Dann die Hermeneutik, das hat was mit Interpretation und Auslegung zu tun, also mit Geisteswissenschaften, aber nicht nur mit Geisteswissenschaften. Es gibt eine Kulturphilosophie, eine Kunstphilosophie, Religionsphilosophie und noch manches mehr. Es gibt also noch etliche Bereiche, die es also mit Erkenntnis, irgendeiner Weise mit Erkenntnisaspekten im Kontrast zu Handlungen zu tun haben, also die der theoretischen Philosophie zugerechnet werden können. Aber auch dort natürlich wieder Kontroversen. Aus Zeitgründen nehme ich einfach nur diese Disziplinen, die hier aufgelistet sind. Diese Disziplinen dürfen sich nicht so vorstellen, als seien sie gegenseitig unverbunden. Als sie einfach sagen können, so, jetzt schneide ich mir hier das eine raus und mache nur das und das andere lasse ich links liegen und das interessiert mich überhaupt nicht. Das geht zum Teil nicht und zum Teil sind wieder, ich weiß, ich beginne sie zu langweilen, die Beziehungen sind in vielen Grad hochgradig kontrovers. Und da gebe ich Ihnen ein Beispiel, das ist bis heute ein Riesenstreitfall. Was ist eigentlich das Verhältnis von Metaphysik und Sprachphilosophie? Ich würde mir im ersten Moment meinen, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Stiefel, die Sprachphilosophie interessiert sich irgendwie darum, wie Sprache funktioniert. Also das heißt so in der Philosophie dann, in der philosophischen Frage nach Sprache zum Beispiel die Frage oder eine zentrale Frage, wie schaffen wir das eigentlich, dass wir mit Sprache auf Gegenstände Bezug nehmen? Wie geht das eigentlich? Was passiert dort? Das ist natürlich nicht mehr so eine Einzelwissenschaftliche Frage, sondern das ist schon so eine ganz grundsätzliche Frage. Wie geht das eigentlich? Wie gelingt es uns, mit Sprache auf Gegenstände Bezug zu nehmen? Also dass wir dann wissen, aha, dieses Wort bezieht sich auf diesen Gegenstand oder dieser Satz artikuliert einen Sachverhalt über diesen Gegenstand. Wie geht das? Wie wird diese von diesen beiden sehr heterogenen Bereichen, also die Dinge der Welt, die Prozesse der Welt, Sachverhalte der Welt, die werden irgendwie auf Sprache, Sprache nimmt auf die Bezug. Wie funktioniert diese Bezugnahme? Bezugnahme ist nur sozusagen ein Etikett, das klebt man drüber, damit man das Problem nicht mehr sieht. Wie geht denn das eigentlich? Wie schafft das die Sprache? Was ist überhaupt die Sprache? Also wie schafft das, wie schaffen das sprachliche Äußerungen eigentlich hinzukommen? So, das ist das eine. Und das andere, die Metaphysik fragt danach, was die Struktur der Welt ist oder was die Gegenstände der Welt sind und kann man ja sagen, ja Moment, das sind ja zwei wirklich sehr verschiedene Paar Stiefel, diese Sprachphilosophie und die Metaphysik. Aber da kamen dann zwei sehr, also unter anderem zwei sehr gegensätzliche Standpunkte vertreten über dieses Verhältnis. Und die eine Weise wäre die, muss man zuerst die Metaphysik in Ordnung bringen, damit als Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt sprachphilosophisch betätigen kann. Muss ich nicht zuerst, ist die Überlegung, wissen, was es in der Welt gibt, wenn mich interessiert, wie ich sprachlich auf das, was es in der Welt gibt, Bezug nehme. Also dazu muss ich ja erst wissen, was gibt es denn in der Welt und dann kann ich mich fragen, ah interessant, hier wird also geredet und dann nehmen die Bezug, auf was nehmen sie Bezug? Das weiß ich schon, das hat mir die Metaphysik gesagt. Also hier wäre es so, mit dieser Position wäre es so, dass man sagt, ja es ist klar, man muss zuerst Metaphysik treiben, sich klar werden darüber, was gibt es in der Welt, als Voraussetzung dafür, Sprachphilosophie zu treiben, weil sie sonst ja gar nicht wissen, worauf sie sich mit der Sprache beziehen wollen. Das ist die eine Position. So, und jetzt kommt genau, also jetzt kommt das Gegenteil. Das Gegenteil würde sagen, ja ja, völlig falsche Überlegung, alles Unsinn, was du gerade eben gesagt hast, sondern es ist so, du musst zunächst mal dich mit Sprache beschäftigen, um metaphysische Fragen zu stellen. Und zwar deswegen, weil du in der Metaphysik, natürlich redest du über die Dinge der Welt, aber du redest über die Dinge der Welt. Das ist alles schon sprachlich. Deine ganze Metaphysik artikuliert sich selbstverständlich in Sätzen. Du benutzt ununterbrochen schon Sprache, wenn du Metaphysik betreibst. Also werde dir doch bitte erstmal klar, wie Sprache funktioniert, weil dein Sprachgebrauch oder deine Sprachbenutzung natürlich längst Dinge präudiziert, vorweg entscheidet, die nachher in deiner Metaphysik rauskommen. Die liegen aber eigentlich nur an deiner Sprache. Also das Verhältnis ist genau umgekehrt. Die Metaphysik ist in dieser Hinsicht dann sekundäre Disziplin. Du musst erst Sprachphilosophie machen. Werd dir erstmal klar darüber, was eigentlich passiert, wenn du Sprache machst. Und dann kannst du dir überlegen, welche Art von Metaphysik überhaupt nur möglich ist, weil sie sich ja im Medium dieser Sprache bewegen muss. Und dann ist natürlich genau ein Gegensatz des Fundierungsverhältnisses, das gesagt wird, das viel fundamentalere ist die Sprachphilosophie und die Metaphysik kann erst nach einer Klärung sprachphilosophischer Überlegungen hinterherkommen. Sehe ich da eine schüchtern, sich anbahnende Frage oder war das nur eine spontane Handbewegung ohne Zeichencharakter? Sehen Sie, das ist eben das. Entweder ist was ein Zeichen oder eben kein Zeichen. Und da sind wir schon dran an sprachphilosophischen Fragen gezeigt, an einem relevanten, sich darbietenden Beispiel. Also, das ist jetzt ein Beispiel nur, wie diese Konstellation oder das Verhältnis von verschiedenen dieser Subdisziplinen durchaus problematisch sein kann. Ich hoffe, das ist plausibel geworden. Das muss man also eigentlich auch dann noch mitnehmen, aber dann wird es natürlich sehr, sehr viel. Jetzt sage ich Ihnen noch, dann sind die Vorreden auch glücklicherweise am Ende, wie ich typischerweise die Darstellung der Disziplinen vornehmen werde. Ich hatte Ihnen ja gesagt in der letzten Sitzung, es gibt wirklich unglaublich viele Weisen, wie man Einführungen in die theoretische Philosophie machen kann. Ich bin selber nochmal ins Internet gegangen, und habe mir verschiedene Weisen angeschaut. Also, es ist wirklich eine Vielfalt. Tun Sie das. Ich meine das ernst. Schauen Sie sich Alternativen an. Es ist reiner Zufall, dass ich hier stehe. Es könnte genauso gut jemand anders hier stehen und der erzählt Ihnen was ganz anderes. Und Sie lernen nur Philosophie, wenn Sie sich in diesem großen Chaos und den Kontroversen, wenn Sie sich in dem langsam zurechtfinden und dann zumindest wissen, was es alles gibt und nicht auf den ersten Deppen, der Ihnen begegnet, dann reinfallen. Auch wenn ich der bin, das hat überhaupt keinen Sinn. Also, was ich Ihnen geben werde, ist in der Hoffnung, dass das hilft, sich dort reinzubewegen, geistig. Ich werde Ihnen die erste grobe Umschreibung einer Disziplin geben, die ich hier behandle. Ich werde Ihnen dann einiges Historisches zur jeweiligen Disziplin sagen, soweit es für ein grobes Verständnis der Disziplin notwendig ist. Ich werde dann, falls vorhanden, Teilgebiete der jeweiligen Disziplin ansprechen und schließlich, und das dürfte das sein, vielleicht, ich kann es ja nicht beurteilen, was Ihnen dann am längsten bleibt oder was Ihnen am meisten nützt. Ich werde dann einige Grundbegriffe der jeweiligen Disziplin behandeln. Sie werden also am Ende dieser Vorlesung dann irgendwie 25 oder 30, wenn ich die fünf am Anfang schon nehme, Begriffe dazunehme, werden Sie diskutiert haben und so ungefähr wissen, was über die Geschichte dieser Begriffe und was diese Begriffe sollen. Und die Hoffnung ist die, dass Sie dadurch einen Überblick bekommen. Allerdings diesem Schema werde ich im Folgenden also nicht sklavisch folgen, je nach Gebieten an mich Variationen, aber das ist so, wie ich es mir überlegt habe, dass man womöglich reinkommt in diese Geschichte. So, und das ist ein natürlicher Punkt, die Pause zu machen, die heute etwas früher ist und in etwa acht Minuten sehen wir uns frisch und ausgeruht wieder und dann geht es weiter mit der Logik.